Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute will ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefman-Guard präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Vorräte des Chirurgen und für dieses müssen wir den Chirurgen Fleischnaht in der nekrotischen Schneise auf dem Führigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir zwei Fässer voller Ersatzteile zerstört haben. Wie das funktioniert, ist ganz einfach, wir beginnen in den Kampf, indem wir diese Monstrosität hier am Anfang pullen und dann nicht den Chirurgen runterholen, sondern in die Ecke am Eingang pullen und zwar an beide Ecken und dort quasi mit den Haken dann einfach die Fässer zerstören. Dann kommen so kleine Ersatzteile raus und mehr ist es eigentlich auch nicht. Ihr müsst ein bisschen euch schicken, wenn ihr mit den ersten beiden Haken quasi direkt diese Fässer aufhitten wollt. Wir waren hier ein bisschen spät in der zweiten Ecke, haben es aber dennoch geschafft, wie ihr seht, hier einmal das aufzuhaken. Wenn ihr das einmal verfehlt, ist es jetzt auch nicht sonderlich schlimm, denn die Monstrositäten spawnen ja immer nach und nach wieder neu nach, beziehungsweise hauen dann auch öfter die Haken hintereinander raus. Sobald ihr die zwei Fässer zerstört habt, ist es eigentlich ganz normal wie sonst auch. Ihr zieht die Monstrositäten an den Boss ran, holt den Boss runter, tötet ihn und habt dann dementsprechend das Achievement einmal fertig. Mehr ist es eigentlich tatsächlich schon nicht. Gut, das war es mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv wertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!